Hi! Ihr bims Samtino. Wird angezeigt, gut. Also, ich habe hier so ein kleines Spiel gefunden. Das nennt sich 1916 der Unbekannte Krieg. Und das wollte ich jetzt einfach mal mit euch spielen. Da ich kein Dänisch kann, sondern lieber Englisch, dann reden wir doch mal Englisch, oder? Die Kontrollen. Okay, das ist gut, das ist gut. Okay. Scheint sehr einfach gestrickt zu sein. Würde ich mal sagen, fangen wir doch mal an. Laden. Finde die Leiter. Habt ihr jetzt gesehen? Okay. Das ist keine Leiter, ne? Ne, das ist welblich. Da war doch grad ein Schwanz zu sehen. Den hab ich doch gesehen. Hab ich Sprinten? Okay. Das ist... Das ist Sprinten, ja. Haha. Ich hab auch so ein komisches... Knorm. Hier ist keine Leiter. Okay. Donner. Schüsse. Schützengraben. Okay. Da liegt jemand. Und? Ich geh jetzt mal hier lang. Das ist nichts. Kamerad! What? Wohh! 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 Zu Händen! Freiherr Theodor zum... zu Brunner! Liebster Vater, die Dinosaurier haben den... nördlichen Teil der Gräume übernommen. Morgen greifen wir sie an Letzten Tage waren Harte Kämpfe Was? Letzten Tage Woran harte Kämpfer und ich Oh, diese Handschrift, ey Ich weiß auch, wie viel mehr ich noch verkraften kann Männer, die aus den Gräben kommen Blut und Dreck verschmiert Soldaten, die Reptile mit ihren Bayonetten aufspießen Kugelhagel und Granatensplitter, die über unsere Köpfe explodieren Erdlöchern schlafen Mit den Beinen übereinander liegen Rotten hunderte von Ratten So groß wie kleine Hunde krabbeln sie über uns Weißen Löcher in die Säcke mit unseren S-Rationen Bitte sagt der Mutter Dass sie mir vergeben möchte Aber du musst verstehen Ich bin nicht nur ihr Sohn Ich bin auch Sohn unseres Vaterlandes Dein sich liebender Sohn Gerhard Und die Zeichen da oben sehe ich jetzt erst Okay Es geht warum auch immer um Dinosaurier Und Krieg Äh, ja Ich bin nicht drückt halt Mach so Oh Wieso habe ich jetzt Wieso habe ich jetzt denn Habe ich jetzt die Hand genommen? Ernsthaft? Okay Also, äh Ja Hi Äh Aus irgendeinem Grund habe ich jetzt die Hand Der Raptor ist nach links gelaufen, von da kam der Geh ich mal zu dem Raptor Holy fuck Holy fuck Holy fuck What the fuck What? Ähm Hab ich Ich habe keine Waffe Der Soldat hat eine Waffe dabei? Oder ist echt keine Waffe dabei? Ich kann auch keiner Holy fuck Äh Was soll ich denn hier machen? Ja genau Wo soll ich denn hin? Gollip Ja scheiße Hallo Ja gut Ähm Raptoren Ähm Der kam von rechts, oder? Dann würde ich mal sagen Rennen wir einfach gleich links lang Öh Äh Hier war ja nichts, ne? Äh Oder ich gehe hier lang? Das ist kein Sinn, da gibt es eins, was ich jetzt machen kann, ist, ähm... Kein Jahr lang! Toffe! Dass mich das Vieh nicht findet, aber es hat mich gefunden, aah! Komm ich irgendwie raus, komm ich irgendwie raus, komm ich irgendwie raus! Hm, natürlich nicht! Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Ähm... Ähm... Ja... Ich denke mal... Ich renne einfach weiter... Wie lang kann ich sprinten? Kann ich sehr lange sprinten eigentlich... Dann werde ich doch einfach mal... Lang sprinten, jetzt geh ich mal rechts... Sprinte doch halt weiter, da ist ein Scheiß-Rapfel hinter dir! Geh her, wieso sprennen wir es doch nicht! Da ist noch einer! Ja, genau! Oh, die... Eine... Oh, die... Also ehrlich... Muss ich den irgendwie ablenken? Muss ich in irgendeine Sackgasse rennen? Muss ich mich hier verstecken irgendwie, oder? Eine Leiter habe ich jetzt nicht gefunden. Eine Waffe wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Aber ich habe ja nichts. Wo könnte ich hier... Jetzt habe ich einen Schuh. Ich muss ja irgendwo hin. Aber... Ich weiß nicht wo... Ich werde jetzt einfach irgendwo hin. Das scheint ihn abgelenkt zu haben. Hoffe ich. Ich habe ihn abgelenkt. Hier ist irgendwas passiert jetzt. Oh... Der sieht mich nicht. Rennt da jetzt nur Patrille? Kommt der wieder? Kommt der wieder? Kommt der wieder? Also ich scheine nicht erstmal sicher zu sein. Ähm... Okay also... Die Füße und die Hände... Die lenken die Viecher halt ab. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht wie ich kommt wieder. Ich weiß nicht wie ich kommt wieder. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Jetzt noch... Da lang... Dort... Ich weiß nicht... Oh... Oh... Und... Oh! Okay hier brauche ich wahrscheinlich ne... Gas maske. Oh! Oh! Holy fuck ey ist das eklig Ist das ekelhaft ey Vielleicht irgendwas Ok das ist Das ist ne Granate Ähm Was ist das denn Ein Triceratops Ja gut Ähm 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 Das weiß ich noch Und nicht hier lang gelaufen Immer weiter Immer weiter Immer weiter Da hinten ist Ähm 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 Sollte ja zum vorrat gehen Ähm 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 Halt die Schnauze.